Als du heute in den Gottesdienst kamst, du hattest so eine Schwere, eine Last und du sagst, die werde ich nicht wieder mit nach Hause nehmen. Wer war das? Warst du? Komm, stell dich hier hin. Noch jemand? Wer noch? Du. Also grosse Müdigkeit und Schulterkrämpfe sind weg. Heute Morgen hatte ich eine Leichtigkeit in meinem Magen, seit Jahren habe ich Probleme und Blähungen und so weiter und jetzt heute Morgen ist das weg, habe ich das Gefühl, die Heilung hat angefangen. Ich hatte hier Schmerzen, Schwere und Schmerzen auf dieser Seite, meine Schulter sind weg. Wo war das Schmerz? Wo war das Schmerz? Auf der anderen Seite. Okay, bei der Schulter ist es komplett weg. Ich höre nicht so gut und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich besser höre. Halleluja! Danke, Jesus! Ich höre nicht so gut und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich besser höre. Mein Problem war ähnlich, mit dem linken Ohr habe ich sehr schlecht gehört. Und während dieses Lied, dieses afrikanische Lied gesungen worden ist, Halleluja, genau, habe ich das Empfinden gehabt, ich höre besser mit dem linken Ohr. Halleluja! Mein Problem war sehr ähnlich. Ich hatte eine Höhungprobleme in einem Lied für lange Zeit. Und als wir die Lied singen, die Lied, die Mosi-Bening, ich fühlte, dass ich besser höre. Eine schwere und emotionale Schmerzen haben mich verlassen. DAY 6 Im Moment D Half U・・ Daddy Add S Anfang Dié Rest Lied Gott Lied una H estimate Ball Tän Ich habe auch emotionale Freiheit empfangen, obwohl du es nicht mal geschafft hast, mich anzupassen. Und ich habe einfach Freude gespürt. Halleluja! Last night, I had a sudden attack of sadness and heaviness that extended to my shoulders. And there was a lot of pain in my right hand. I couldn't even sleep at night completely. So when I came to church this morning and you prayed for me, the heaviness left. And 80% of the pain has reduced. I can turn my neck. Halleluja! Halleluja! Somebody said thank you Jesus! Letzte Nacht hatte ich eine plötzliche Attacke und dann hat sich auch meine Schulter verspannt. Ich hatte Schmerzen. Und so wie du heute für mich gebetet hast, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, es ist abgefallen und ich kann mich jetzt auch wieder besser bewegen. Der Herr sagt, deine Beförderung ist gekommen. Keine plötzlichen Angriffe mehr. Es ist vorbei, 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 sagt der Herr. Durch die Hand Gottes auf deinem Leben steigst du auf, empfangen in Jesu Namen. Kann wir Jesus ein big clap für unsere Freunde? Halleluja! 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 Vielen Dank.